Wer sich dieses Jahr etwas mehr ins Zeug legen und das ein oder andere Kilo verlieren möchte, der ist mit sogenannten Liegeheimtrainern oder auch Liegeergometern gut beraten. Die Modelle sind äußerst praktisch, denn sie ermöglichen ein anspruchsvolles Training im Sitzen. Zudem sind sie in verschiedenen Preisklassen zu haben und so möchten wir euch heute in diesem Video fünf verschiedene Modelle von fünf verschiedenen Herstellern und auch aus fünf unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. So sollte mit Sicherheit ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche dabei sein. Bleibt also auch unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen. Nach dem Video könnt ihr euch dann unter diesem Video über die Links in der Videobeschreibung noch weiter zu den Modellen informieren und euren persönlichen Favoriten dort auch gleich bestellen. Lasst uns nun aber mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Liegeergometer aus der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch den SY6801 von ISE. Dieser relativ kompakte Liegeergometer kommt mit 1,20 Meter Länge, 50 Zentimeter Breite und 96 Zentimeter Höhe. Er ist für Benutzer bis 120 Kilogramm ausgelegt und bietet durch sein 8 Kilogramm Schwunggrad und das hochwertige Magnetbremssystem ein relativ anspruchsvolles Training. Der Widerstand kann hier in acht verschiedenen Stufen individuell angepasst werden. Durch das Magnetbremssystem ist das Training dabei auch jederzeit sehr leise und flüssig. Ohne Probleme kann man also so während des Workouts noch Radio oder Fernsehen schauen. Praktisch ist am Modell auch das LCD-Display. Über dieses Multifunktions-Display werden alle relevanten Trainingsdaten wie die Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, verbrannte Kalorien usw. auf einen Blick angezeigt. Der bequeme Sitz und die gepolsterten Grifflenker sorgen für eine sehr gute Körperergonomie, dass man sich während des Trainings entspannen kann. Die Lenker besitzen integrierte Handpulssensoren, welche außerdem eine Pulsüberwachung während des Trainings ermöglichen. Und zu guter Letzt ist dieses praktische Modell auch mit Transporträdern ausgestattet und dadurch sehr leicht zu bewegen und zu verstellen. Apropos verstellen, das Modell besitzt auch sämtliche Verstellbarkeiten, sodass man das Gerät an die eigene Körpergröße anpassen kann. Ein sehr starkes Liegeergonometer aus der ersten Preisklasse. Wenn ihr euch noch weiter zum ISE SY6801 informieren wollt, könnt ihr dies nun über den ersten Link in der Videobeschreibung tun. Als nächstes möchten wir euch das Hopsport HS060L aus der zweiten Preisklasse vorstellen. Mit 1,56 Meter Länge, 1,17 Meter Höhe und 72 Zentimeter Breite ist dieses Modell schon wesentlich größer als das eben vorgestellte der Einsteigerklasse. Es besitzt auch ein 15 Kilogramm Schwungrad, welches in 8 verschiedenen Widerstandsstufen eingestellt werden kann. Durch dieses schwerere Schwungrad ist auch ein noch anspruchsvolleres Workout möglich. Das Modell besteht aus einem stabilen Metallrahmengestell und ist für Personen bis 130 Kilogramm Körpergewicht ausgelegt. Der Sitz und Sattel sowie auch die Pedalen sind an die eigene Körpergröße anpassbar. Für ein herausragendes Training sorgt hier die gepolsterte Sitz- und Rückenfläche, die schon erwähnten 8 einstellbaren Widerstandsstufen und auch der multifunktionale Computer. Dieser ermöglicht einem eine gute Übersicht über die wichtigsten Trainingsdaten. Durch die Pulssensoren an den Handgriffen kann man auch seine Herzfrequenz überwachen und über das Display anzeigen lassen. Viele weitere smarte Funktionen wie die Nevelierfüße zum Ausgleichen von eventuellen Bodenunebenheiten, die Transportrollen oder auch der Flaschenhalter sorgen beim Hopsport Liegeergonometer für eine intuitive Bedienung im Alltag. Und zudem ist das Hopsport Modell wie gesagt das zweitgünstigste im Vergleich, also auch wunderbar für Leute geeignet, die nicht ganz so viel Geld ausgeben, aber trotzdem ein sehr starkes Modell für ein Heimtraining erwerben möchten. Alles weitere zu diesem Modell könnt ihr nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und das Hopsport Gerät dort auch direkt bestellen. Bleibt aber auch gerne noch für die anderen Modelle dran, zum Beispiel das Sport Plus Gerät aus der dritten Preisklasse. Das 1,32 Meter lange, 1,32 Meter hohe und 62 Zentimeter breite Modell kommt mit einer 9 Kilogramm Schwungmasse. Von den Abmessungen und der Schwungmasse ist es also wieder etwas kleiner als das eben vorgestellte Hopsport Modell. Dabei überzeugt dieser Liegeergonometer aber vor allem durch seine hohe Funktionalität. Zum einen die motorgesteuerte Widerstandsverstellung, die wattgesteuert ist und in 24 verschiedenen Stufen einstellbar ist. Damit ist ein besonders präzises Einstellen der gewünschten Widerstandsstufe möglich. Das Permanent-Magnet-Bremssystem sorgt hierbei für ein sehr flüssiges und auch leises Training für zu Hause. Der flüsterleise Riemenantrieb ist dadurch auch sehr langlebig und wartungsfrei. Sitz- und Rückenlehne sind hüllenverstellbar und die rutschsicheren Pedale ebenfalls an die eigene Fußgröße anpassbar. So kann man den Sport Plus Liegeheimtrainer sehr gut auch an die eigene Körpergröße anpassen, wobei das sehr robuste Gerät für ein Benutzergewicht von insgesamt 150 Kilogramm ausgelegt ist. Und auch die Multifunktionalität ist hier noch einmal hervorzurufen. Hier können nicht nur alle trainingsrelevanten Daten wie die Zeit, verbrannte Kalorien oder auch der Puls angezeigt werden, sondern hierüber kann auch der Widerstand wie gesagt über die Motorsteuerung eingestellt werden oder man kann zwischen 24 voreingestellten Programmen auswählen. Zu guter Letzt kann man das Gerät auch per Bluetooth mit dem Sport Plus Brustgurt verbinden, um eine noch präzisere Pulsmessung und auch Trainingsauswertung zu erlangen. Denn apropos Trainingsauswertung, der Liegeergometer von Sport Plus ist auch mit der Sport Plus App kompatibel, wodurch man alle Trainings abspeichern und auswerten kann. Auch bietet dieser eine übersichtlichere Anzeige der Trainingsdaten und ist auch mit der Kinomap App kompatibel, wodurch man hier virtuelle Strecken während des Trainings angezeigt bekommt. Für eine noch intuitivere Benutzung der App während des Trainings hat das Modell auch einen großen Smartphone beziehungsweise Tablethalter am Trainingscomputer verbaut. Zudem ist das Modell in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich und auch ein 100 Euro Rabattcoupon ist hier aktuell bei Amazon einzulösen. Damit kann man nochmal eine Menge Geld beim Kauf dieses Modells sparen und kommt auf einen Gesamtpreis, der unserer Meinung nach für ein sehr, sehr starkes, insgesamtes Preis-Leistungs-Verhältnis des Sport Plus Heimtrainers sorgt. Alles weitere zu diesem Modell nun über den dritten Link unten in der Videobeschreibung. Bleibt jetzt aber auch unbedingt noch dran, um die letzten beiden Modelle kennenzulernen. Aus der vorletzten Preis- und Leistungsklasse möchten wir hier den ES600 von Sportstech vorstellen. Ein echt starker Profi-Liege-Ergonometer mit hohem Widerstand und vielen Funktionen. Das mit 1,60 Meter Länge und 63 Zentimeter Breite sehr große Modell ist für Benutzergewichte bis 150 Kilogramm ausgelegt. Er kommt mit einer 14 Kilogramm Schwungmasse und ermöglicht damit ein sehr widerstandsstarkes Training. Einstellbar ist dieser Widerstand in 16 verschiedenen Stufen über das motorgesteuerte Magnetbremssystem. Auch hier kann man die Widerstandseinstellung also auch über den Computer vornehmen. Dieser Computer zeigt einen auch alle wichtigen sonstigen Trainingsdaten an. Und auch das Sportstech-Modell kann hier ebenfalls mit einem PULSCode verbunden werden, ist mit der Kinomap-App kompatibel und bietet auch eine umfangreiche Auswertung über die Sportstech-Live-App. Dafür hat das Modell auch hier wieder einen Tablethalter bzw. Smartphone-Halter dabei, wodurch man alle Trainingsdaten während des Workouts übersichtlich angezeigt bekommt bzw. mit der Kinomap-App hier auch virtuelle Strecken während des Trainings anzeigen kann. Von der reinen Funktionalität ist der Sportstech ES600 sehr ähnlich zum eben vorgestellten Sports-Plus-Modell. Allerdings kommt er mit einem höheren Widerstand und ist damit auch für noch anspruchsvollere Trainingssessions geeignet. Und wenn euch das eben vorgestellte Sports-Plus-Modell sehr überzeugt hat, aber ihr dann doch ein leistungsstärkeres Modell mit mehr Widerstand braucht, dann ist der ES600 genau das richtige Liegeergometer für euch. Alles weitere zu diesem starken Profi-Modell aus der vorletzten Preisklasse über den vierten Link in der Videobeschreibung. Als fünftes und letztes möchten wir euch den Kettler Avia vorstellen. Dieses Modell kommt mit 1,36 Meter Länge und 63 Zentimeter Breite. Mit 9 Kilogramm Schwungmasse hat er nicht den stärksten Widerstand, aber auf jeden Fall die beste Funktionalität im Vergleich. Das hochwertige und sehr robust verarbeitete Modell besteht zum Großteil aus Stahl und ist für ein Nutzergewicht bis 130 Kilogramm ausgerichtet. Er überzeugt durch eine hohe Widerstandsstufeneinstellung von 16 verschiedenen Level und auch einer hohen Anzahl von Trainingsprogrammen. Zwischen 12 verschiedenen Programmen kann man hier auswählen, wobei auch ein Herzfrequenzprogramm dabei ist. Die Herzfrequenz lässt sich auch hier wieder über Pulssensoren am Gerät selbst oder über einen extra Pulsgurt überwachen und dann mit einem sehr effektiven Workout verbinden. Sehr effektiv sind hier wie gesagt vor allem die ganzen Funktionen und Trainingsprogramme. Das Kettler Liegeergometer zeigt auf dem Multifunktionsdisplay nicht nur die verbrannten Kalorien, den Puls, die Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Trainingszeit, sondern auch die Herzfrequenz, Variabilität und die aktuelle Raumtemperatur an. Auch kommt dieses Modell mit einer speziellen Erholungspulsmessung mit Fitnessnote. Dieser spezielle Fitnesstest zeigt einen an, wie erholt man ist, sodass man hier auch für seine Erholung bzw. Recovery Empfehlungen vom Modell erhalten kann. Sehr stark an dem Modell ist vor allem die hochwertige Verarbeitung mit dem ergonomisch geformten Sitz und auch noch einmal das Multifunktionsdisplay mit kleineren Animationen zur Anzeige der zurückgelegten Strecke. Alles weitere zum Kettler Liegeergometer über den fünften Link in der Videobeschreibung.